Oh, an der falschen Seite, na gut. D1S, bitte zu den Mieze-Kätzchen rüber. Die Mieze-Kätzchen, ähm, setzen sich bitte da in die Gasse vor und machen Licht oben auf den Hügel. Bitte safe stellen. Jo. Alle Hellcats? Eine Hellcat, ja, gute Frage. Eine Hellcat bleibt unten im Dörfchen. Okay. Die Hellcat, die unten im Dorf bleibt, hat Feuerverbot und bewegt sich bitte nicht, weil sie in Stemmung ist. Wo soll ich mich hinstellen? Ähm, du hast da diese, bei der Funkstation sind diese schönen vielen Büsche, wo du nach rechts rüber gucken kannst, in die lange Gasse beziehungsweise in die andere Stadt rein. Da stell dich mal hin. Wer hat hier gerade geschossen? Hier, hier, da irgendwo. Die AT? Okay. Ich schnelle, leck dir bitte nach. Die hat nicht geschossen. AT-8? Ja. Du stellst dich bitte da oben irgendwo hin, zum, äh, Dessen. Meldest dich dann morgen, wenn du da bist. Ja, wenn der Krieg vorbei ist. Hier ist keine Funkstation. Doch, noch ein Stück weiter, du, ach, da bist du, da müsste aber irgendwo eine, äh, so ein, schönes Büschlein stehen. Okay. Wow. Uh. Kommen wir an den schon ran? Äh. Okay, dann die 1, dann die 1S weiter durch, durch die Hände. Da muss es auch einer. Ah, die kommen alle da oben rum. Dann brauchen wir keine zwei. Die Mieze-Kätzchen zurückziehen. Die Mieze, die Mieze alle zurück. Die 1S gehen bitte hier, bevor es runter geht, in, in Beststellung. Schöne Feuerlinie, stellt euch safe. Ich bin tot. Ich will jetzt ein richtig schönes Shootout sehen hier. Dann passt auf, die Hände, Ari. Also nicht alle auf einen Haufen. Ne, stellt euch schön safe und immer die Lowlives bitte zuerst rausnehmen. Also der 460er ist das nächste, wenn er dann mal wieder rauskommt. Mal zurück. Hier, heiß, grenzt, aufwachen. So, warten. Nicht locken lassen. Warten. Die wollen drücken. Okay, hat geschossen. Weg. Das ist immer offen. Die Arm X-Arti steht hier in der Ecke. Warum weißt du das? Weil sie auf mich geschossen hat. Oh. Ja, stellt euch einfach safe und lasst, wartet. Wir haben Zeit. Achtung, kommt der Nächste. Er geht offen. Darf ich den T-150 helfen? Ja. Ich bin offen. Vorsicht. 150 ziehe ich mal so weit zurück, dass der, dass du, äh, dass die Ziele in den Feuerbereich von der AT kommen. Er hat geschossen. Er hat geschossen. At 8, kannst du mir helfen? Ja. Jetzt sind sie schon ruhig gebrochen. Links ist nur der 1S und die Hillkette, ne? Oder war da noch irgendwas anderes? Bisher nicht. Nee, bisher nicht. Doch, da waren noch zwei, jetzt Kf1-Sitzel. Herr Max, die Katze kommt nicht vor. Kein Wunder. Die schleucht dich aber in unsere Hälfte. Jetzt ist er ganz offen. Die nie zu schleuchten, sauber. AT-8 kannst du? Oh, noch ein AT-8. Achtung, Blote deckt hier hinten. So, jetzt durchdrücken, jetzt durchdrücken. Der Lola ist nicht im Tor aus. Wir haben es immer gut kontrolliert. Gleich durchfahren. Es kann nicht schießen. Gleich durchdrücken. Drück den einfach um. Ich habe gedacht, es sind mal gut zum Trollen. und er bleibt stehen ja gleich gleich weiter hinten lange gassen unterrichtung 1 ja dann fahrt durch wir fahren den tunnel runter und ein 1s steht rechts marco das ist dann deiner jetzt harry offen wird gemacht bitte zu null jahr herrschaften ich krieg von der feuer macht so los weiter durchdrücken maximum so die mieze katze jetzt als nächstes sauber drückt sie weg drückt sie weg wie kann man auf die entfernung daneben schießen sehr schön das war doch sauber ich habe auch noch einen abschluss gemacht schön das tut mir leid der kann ja anders gekriegt sein hat irgendwie jeder von uns einen abschluss gemacht ne kann das sein ne nicht alle also alle überlebenden haben mindestens einen abschluss zuerst 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 einer fehlt noch gut ok und ich starte Der kriegt schon mit, dass wir 10 Leute 60 sind, wa? Irgendwie nicht Boah, da oben sind 2 Leute noch Benno, ist der bei uns drin? Ne Regen Benno IS ist nicht drin Und der Durango ist auch in der Warteschlange Die können da oben bleiben Wäre ja jetzt gemein, wenn wir ihn rausnehmen, der jetzt nicht im TS ist Und wir haben trotzdem gut gespielt, wa? Wacht da genau was? Spannung Alle gucken auf die Uhr oder? Man muss auch nicht immer dumm rumlabern Ja, aber irgendwann Corona? Im nächsten kannst du mal den Churchill 7 nehmen So mal zum testen Ich fahr den aber nicht so gerne Achso, ich dachte du wolltest War die Hellcat Ich hab's nur angeboten Die Hellcat, die fahr ich gerne Wir können auch mal eine Runde Hellcat Unley machen Also der, der hat Ich hab die zwei erst auf Was hab ich die jetzt? Erster Skill auf 68 glaube ich Aber Das macht nix Viel weiter bin ich da auch noch nicht Dafür ist es Tarnung Und Scheren Fernrohr und Tarnnetz sind auch drauf Äh, eine Miezekatze Bitte da oben hin Nur ein bisschen wild in der Gegend rumfahren Sie ein bisschen wild machen Die 1S verbarrikadieren sich alle da hinten Eine Hellcat hier oben auf die Düne Die Hellcat, die sich traut In die Stadt Und die KV1S Die KV1S Die KV1S gehen bitte alle bei E1 in Deckung und warten Feuerlinie, ja Feuerlinie warten Aus dem letzten Aus dem ersten Geschicht hab ich grad gelernt Ich will jetzt erstmal gucken, was die machen Hellcats bitte nur gucken, nicht feuern Oder nur, wenn ihr irgendwie einen One-Shot vor euch habt Bist du mit der Hellcat da hinten? Ist die eingeschlafen? Ja Jetzt weißt du was mit der Hellcat Oh ja Die Miezekatze, die Miezekatze, die gerade wieder gekommen ist Bitte in die Stadt, wenn du nicht traust Schön langsam durchpassen Oh ja Muss er nicht Dann hast du irgendwie gemacht In die da Ich möchte, weil du was ich will Genau Ja, die Okay Doch genau deswegen frag ich Ich muss noch Sprit für seine Hellcat holen Und holt so, oder? Pass vor dem KV2 auf, ne? Hellcats vor dem KV aufpassen So, die Hellcat da im... Achtung! Kundschaft, ne, ne Dann feuerfrei Feuerfrei nach Auffassung Wie will denn der Jemanden gesehen haben jetzt? Wer hat denn da gefeuert? Ich hab gefeuert Der guckte gerade so mit dem Arsch über die Düne Weißt du aber, dass du auch noch vor euch bist? Der hat sich nicht bewegt Zumindest nicht in dem Moment Okay, locken wir doch Ja, dann warten wir nun mal AT8, kannst du auf den Hügel schießen? Ne, wir warten nicht Alle 1S Bitte hinten über die 1er Linie rüber Nach A1 Ach, A1? A1, ja Die Hellcat, die unten im Tal steht Äh, bleibt da Die andere Hellcat kommt mit uns mit Ich auch Wer ist ich? Äh, der hier gerade die ganze Zeit rumfährt Ne, du stehst unten im Tal Da bleib mal stehen Da stehst du halbwegs safe Ne, ich mein E5 bin ich jetzt gerade Sag doch, ne Du fahr mal weiter schön an der Gegend rum Okay Ich will sehen, wenn da was kommt Gut Ich weiß, was du vorhast Echt, du hast mehr als ich Ja, so kommt das auch rüber Er trinkt dich da? So, hier haben wir so eine lustige Sandbühne Wir stellen uns mal alle einmal bei Was ist das? D5 D4, D5 Da warten wir mal Ui Stehen alle auf dem Hügel Das sind nur die Mieze-Katzen auf dem Hügel Das sind eigentlich nur drei Mieze-Katzen, die da oben stehen Jep Der ganze 1S-Krempel sollte unten sein Hellcat unten im Wasser Geh mal bitte Richtung Cap Guck mal, was da los ist Da steht noch ein 1S Eine 1S steht da noch Glaub schon Also wenn er sich nicht bewegt hat Ja, aber einer ist auch noch nicht aufgedeckt Ne, das ist der KV Ach ja, da Stimmt der Eine 1S fehlt noch Und der KV-2 fehlt auch noch Und der KV-2 Wer macht denn so was? Wer macht denn so was? Ist das eine hohe Stimme auch? Denn wir müssen uns benehmen Auch wieder, dass ich die Hände erwaschen Zwölf schon so böse Dinge machen Was du doch viel früher mit angefangen hast Hä? Woher weißt du du was? Mit neun, ja Ich geb's zu Das war also eine Halb rechts von dir So eine schöne hohe Bühne Fahr da einmal kurz hoch Einmal kurz einen Blick rüber werfen bitte Nur kurz rüber lüschern Äh, Garona und Marco Ihr beide fahrt mal vor und holt die Hellcat Die eine Hellcat ab Also eine von dreien, ne? Kennt auf den Deck? Ah, da hinten haben wir schönes Ziel für die anderen Sehr schön Warte, ich muss nachladen, warte Marco, du sollst uns nicht sagen Wenn du nachladen musst, fahr mir bitte nicht vor Mach dir doch mal die Hellcat von hinten weg So, die eine Hellcat oben auf den Berg bitte Drückt sie um Die 1,6 ziehen sich zurück Na klar, die sehen ja, dass der Push kommt Da ist er, bitte Jetzt fährt die Hellcat runter Vorsicht Oh, unsere Hellcat unten hat ein kleines Problem Verpiss dich da, wenn du kannst Ich glaube, dafür ist es zu spät Darf ich hoch? Das glaube ich auch Doch, der Ne, der ist nicht im TS Der Der muss Licht machen, sonst kann ich hier von oben gar nichts tun So, komm, rüber, 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 rüber Ja, sauber 1S Die Hellcat müssten wir noch wegkriegen da Lippe Die Hellcat Da ist der Kaffee zu. Boah, das ist doch jetzt nicht wahr. Abfalle? Nein, ich habe mich hier im Berg verkeilt. Ja. Kenn ich irgendwoher. Kriegt ihr den 1S dann noch weggedrückt, den einen kleinen? Ja, bald. Garuna, kannst du feuern oder stehst du total beschissen? Feuern kann ich, aber ich kann nur bis ungefähr Mitte Campkreis. Okay. Dann ist es überall. Ja, die stehen alle hier und dessen. Wir warten, wir warten. Kann ja mal blind schießen, aber... Oh, der war knapp. Pass auf, die Hecke da oben. Ja, die sehe ich, das ist sogar... Die ist tot. Wunderbar. Gut. T-150 drückt schon rum, das ist gut. Der AT-8 gibt auch sein Beste. Der holt wieder alle draus. Nach Karte schießen ist scheiße. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Sauber. So, jetzt warten, jetzt warten wir bis, äh, der 150 und die Hellcat und so weiter alle da sind. Die sind alle voll, ne? Hm. Was macht der da oben? Der hat sich eingekeilt. Ich versuch. Fährt auf. Ich hab mich losgerissen. Cool. Du bist der Einzel von uns, der noch voll ist. Ja, warum wohl, wenn ich auf dem Berg stehe und nichts mache? Hey, ich bin auch noch voll und der AT-8 auch. Ja, ich meinte von, ich meinte von denen eins essen. Ach so. Sag das doch. Okay, ihr könnt eigentlich... Hier ist eine, ihr könnt rücken. Da sind nur zwei jetzt so bei euch. Als ob, sie bleibt da stehen, bleibt da stehen, dann kannst du wirken. Hab ich noch... Scheiße, nicht mehr erwischt. Ihr müsst die von hinten nehmen. Von vorne kriegen wir die nicht. Von vorne können wir bloß sie in Deckung halten. So zum Beispiel? Für mich ja zu treffen. Der verschwindet. Na komm raus. Ah. Fast. Bisschen zu früh, wa? Aber jetzt sollte es eigentlich passen. Halt! 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 Das ist ja ganz tot! Halt! Hast du die Gruppenverwaltung? Du hast ja noch eine schwere Geburt. Der ist schon trocken. Halt! 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 Schuss! Dort kam... Gewonnen ist gewonnen. Mir fehlt mit dem 1S einfach die Sichtweite, das ist so räurig. Ja, endlich mal meinen Panzer, also auf dem T-150 bekomme. 2600 Schaden, das ist krass. Wir hatten alles eine Hellcat. Wollen wir mal alles... Alle, die können eine Hellcat? Ja, ich würde schon mal ein Verkaufen im Panzer. Nicht extra kaufen jetzt. Nein, verkaufen muss ich auch. Die Frage war, wer eine Hellcat hat. Ich glaube, die jetzt alle bereit sind, oder? Ja, das sieht doch mal lustig aus. Okay. Ja, Startung. Bushi-Runde. Oh, ich hab nur Deutsche bitte geschrieben. Jetzt wieder. Da, wer hat denn eine Nachricht bekommen? Die hilflosen Personen bei mir auf Arbeit. Also, dass sie noch jede Bestätigung von mir noch kommentieren müssen. So, okay. Los oder geht das jetzt los? Wir müssen noch die Ersten wollen wohin besiegen. Ist jemand den Clan noch, oder wie die hießen? Der war gemischt. Wann, gemischt, ja. Beachtet. Wer schreibt denn da? Ich. Ja, soll ich mal am besten Kompanie als Sack. Also, ich bin nicht total voll. Noch nicht. Dann wird's Zeit. Dann wird's Zeit. Oh, ist nach 12, ne? Watt, watt, äh. Der mir. Unhöflich, ne? Was soll ich machen? Soll ich jetzt draußen bleiben, eine Runde? Mach doch mal. Ich löse mal kurz aus. Marco, einfach ignorieren. Naja. Hm, hatten wir die schon mal? Ne, die hatten wir noch nicht. Ah, da war sie wieder. Der Stimmverzerra ist wieder an. Scheiß, was noch mehr denn da? Ach, du Browser-Gard. Muschi-Spielchen. Ja, was ist das mit in die Hose gehen? Also, wenn wir jetzt voll durchdrücken, das geht in die Hose. Wir müssen defensiv bleiben. Wir sind klar. Ja, ich würde auch jetzt... Jeder sucht sich jetzt einen schönen Busch. Genau, stellt euch mal auf der Linie. Hier, einen schönen Busch, ein schönes Steinchen. Und dann warten wir erst mal. Also, gegen die würde ich sogar einen unentschieden wegen Zeitablauf hinnehmen. Ja, sei denn, ihr kriegt die Hellkette da weggeräumt jetzt. Wo soll ich jetzt hier eine 50 hin? Unten zum Strand dürfen? Ja, auch mit Strand dürfen, genau. Ja, 1S steht da gut, der 150. Fahren wir runter Richtung Strand, aber nicht ganz bis zum Strand runter, so A4. A4, genau. Ja, 50 soll ich zu helfen. Nein. Da steht noch eine Hellkette am Cap, wer ist denn das? Ich guck zum Strand runter. Hellkette rausschießen? Ja. Oh, da hinten fallen Bäume. Da kommt noch mehr. 1S unten. Puschen. Ja, hier, Stadt ist komplett frei, hier scheint nichts zu kommen. Ja, die drücken, die drücken alle durch, durch die Mitte. 1S, ich komme zu dir, dann machen wir den Trombel weg. Die Hellkette, die jetzt auch einen Feinkontakt haben, in Richtung gegen Reservatat. 150 auf, Richtung Cap, wenn du kannst. Ja, ähm. Ich kann hier wirken, wenn ich hier vorbei fahre. Warte, was, ne Hellkette? Ich fahr zu weg. Ich fahr zu weg. Wo ist denn der? Ah, da ist er. Der kommt. Den kriegt ihr umgedrückt, oder? Ach, komm. 3, Matt. Ich zahle. Oh, Schlüssel ist er weg. Oh, die sind da nicht. Oh, der, 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 der. Der brennt. Na ja, da konnte man kaum was machen. Eiße. Oh, keiner. Quasi, ja. Ihr habt euch nur nicht genug gemüht. Ja. Genau. Und Tod dürfen bringt auch nicht so viel. Ich muss aber auch zugeben, diese Karte hasse ich. Ich auch. Geht mir gerne so. Ich schalte, der Graschen kann man dafür viel rausnehmen. Ne, jetzt jagen die mich auch nur. Ja, los, machen wir ein Schrecken mit Ende. Äh, Ende mit Schrecken. So, schießt die doch alle ab? Ja, bestimmt. Schafspiel. Aber ich glaube, ich nehme auch wieder Mann ans Essen. Mit dem komme ich besser um. So, ob du nur mit dem umkommst oder mit dem umkommst. Da hat er? Ja. Oh, schick. Oh, hier passiert. Ah, richtige Seite. Eine Hellcat hätte ich bitte ganz gerne. Da oben auf dem Berg zum Spotten. Eine Hellcat. Da unten im Wasser nur um die Ecke gucken. Der Rest greift. Okay. Du hast ganz, ganz eigenartige Taktiken. Aber ich finde das interessant. Vorne an der Kante wieder? Vorne an der Kante Deffen. Warten, Deffen, Enten schießen. Let's get this show on the road. Inwiefern eigenartig? Außer, dass sie außerhalb des Standards sind? Nee, das sind keine Standards. Wer hat gerade gesagt. Er sagt ja doch, dass sind keine Standards. Ach so. Dachte, wir sind hier Deutsche. Nee, das ist... Ich versuche ja, äh... irgendwie den Sinn dahinter zu ergründen. So, was du vorhast und so. Und das erschließt sich bei dir irgendwie einfach nicht. Wie lange das den gegnerischen Kommandanten auch so gibt, nicht zufrieden damit. Dann ist es natürlich sehr wirkungsvoll. Ich hab dir zuliebe jetzt mal den Churchill genommen, ne? Da hab ich da jetzt was merke, ja? Von wegen dir zuliebe und so, ja? Nee, nee, der Churchill passt gut. Vielleicht, meine sind anders. Bist du einigversichtig, wa? Ja, genau, genau. So, dann haben wir gleich unten ein 1-1-S. 2-1, drücken die durch. Hitler. Das ist ein 36-01. So, da haben wir schon das erste Ziel. Feuer frei. Ist gekettet. Soll ich auf die Arti schießen? Wenn du kannst, ja. Aber wieso fragst du? Ich dachte, ich soll es spotten. Also wenn du die Arti kriegst, darfst du immer schießen. Hab ich schon. Aber dann, nach Möglichkeit, so weit verpissen, dass du da nicht unbedingt. Da haben wir wieder. Okay. Ich hab der Katze wehgetragen. Ja, ich hab leider jeden Scheiß Pfeiler reingeschossen. Säule. Ja, ich treff hier auch irgendwie bloß immer Sand. Voll eingezielt, inklusive Gedenksekunde und trotzdem nur Sand getroffen. Dann hör auf dich, 1. Ja. Ja, die Zeit. Hier, kriegen wir Kumball an. 4, 3, 2, 1 und... Okay. Ok. Freeplay. Überrennen. Freeplay, das ist Überrennen. Juhui. Seid euch jetzt aber nicht sicher, ne, das äh... RDSH! Meiner. Ich hab mich hier mal schieben. Ich will sie mit meinem Schwert hauen. Schieb mich zur Brot und ich will sie hauen. Ja, ey. Hallo. Wer hatte den Ufrag heute nicht zu verteilen? Ja, Marco telefoniert wieder, ok? Dankeschön. Ich bin leider noch. Natürlich, na alles. Da ist hier noch. Da ist hier noch. Was ist an der Summe? Doch, jetzt fahre ich auch weg. Du kannst da nicht aufbehalten. Wuhuwa! Wuhu! Wuhu! Wuhuuu! Wuhu! Wuhu! Herr, ich mach dich nicht so drauf mit dem Churchill weg. Ihr könnt euch nicht verkriechen. Der letzte 1. Es hat noch die kleine Kanone drauf. Was hast du gesagt, ne? Der hat die... 4 Sekunden Nachlagezeit. Schöner Schuss. Ja, ja, ja. Hier geht der gerade los. Die erste, die erste, die erste. Ähm. Dann ruf mich noch mal an, dann sag mir das noch mal. Danke, schön gespielt. 1000 Zettel.